und es geht nur darum die ganze zeit alter und er macht nichts und er ist es nicht warum die leute das so krank feiern ich verstehe es nicht du machst nichts allerdings mein kumpel sucht hat es auch mein bruder sucht hat sie suchten dass alle ich verstehe es nicht ich habe keine ahnung mein kumpel hat da wahrscheinlich schon locker 100 euro ausgegeben wird es gehen ja so auch dieses one-piece spiel gespielt ist auch so ähnlich aufgebaut er ist nichts leute zahlen tausende euros ja das ist krank man ja ich weiß dass du lässt es laufen fertig ich meine wer da noch so eine strategie dahinter du musst bestimmte sachen machen ich würde es verstehen ich habe einen posad und adc by the way oh mein gott poseidon schildern nein fucking minuten wenn du einen early gang in die du allein machen willst kannst du das machen der audi ist scheiße der support die greifen werden das was mit dir dann ist das Blankwartei Es kommt mir schon Poseidon Egg ist es down Nein, Bro Wollen wir den Hammer fokussen oder die 3? Ja Die 3! Okay Du kannst Auto Attack canceln Er macht 3 Drehungen Ja, die dreht sich auch viel schneller Oder? Ja, das heißt schneller Beim letzten macht er noch so eine kurze Pause Aber es ist glaube ich jetzt nicht so einfach seine 3 so zu stoppen weißt du Ah ok ok Also davor weißt du hast dich ja 3 Stunden gedreht Tana konnte eine 3 machen Der Match ist weg Jetzt machst du halt 3 Drehungen Okay Ja Ich bin gespannt wie die Ulti sich so nimmt Na ja, Bro, dann spannen wir So schnell treten wir nicht Ok, Kuckuck kann es Oh, Kuckuck kann so Oh, Bro Be careful Hast du keinen Freeze Bruder? Wieso hat der keinen Freeze, Alter? Wieso hat der keinen Freeze, Alter? Okay Okay Auf 1 bekommen Digga Poseidon ist scheiße low und der hat keiner gesehen Ja, ich hab leider grad nichts zu machen Ok Aber ich gank ihn nachdem ich back Okay Wie brauche ich für meinen Trends 2000, gell? Pfff 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 Aber ihr nehmt ja schon so auseinander, oder? Okay, 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 positiv Nein, ich glaube nicht Pfff 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 Ich will diesen Purple aber ich bin echt low Pfff 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 Pff 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 Was war das? Ich dachte ich war noch nie Was war denn? Pff 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 Verdammt, ich dachte, ich habe zu lange überlegt mit meinem Ulti. Boah, ich habe Speed Buff bekommen. Das ist das Wichtigste, Bruder. Das ist... Prio. Wo sei denn Ulti, Star? Okay. Ah, der Emi, Alter, der gibt ihm einfach sinnlos. Freekills. Er ist erst einmal gestorben. Jaja, ich meine nur, aber der geht halt so. Hätte er auf mich gewartet, dann hätten wir auf jeden Fall bei sich geht. Oh, der Odin kommt. Okay. Hey. Ach. Die Naja ist links beim Purple Belt. Jo, ich lauf jetzt auch langsam in Richtung. Jo. So. Wobei... Die hilft denen nur bei Purple, weil wir die ganze Zeit nehmen. Ja, ich muss mit dem. Ja, wir sind okay. Oh, Odin geht auch da. Naja ist noch links. Naja ist noch links. Die Naja Ulti. Naja? Ne. Erst in 30 oder 40 Sekunden wieder. Okay. Die kommt wieder in die Mitte. Ah. Shit. Die kommt wieder in die Mitte. Ah. Die. 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 Okay, das macht unsichtbare Sichtbord. Trink mir hier nichts. Oh mein Gott. Ich komm noch davon. Leck mich am Arsch. Oh nice Odin Cage down Seine Abilities sind auch down Er hat Shell benutzt Okay Oh hat er überlebt Poseidon Ulti ist down Oh nice Poseidon hat glaube ich Ergis Poseidon auch Okay kann ich den Red nehmen oder Weiß nicht Na egal Lass mal sehen Ja jetzt habe ich schon Purple genommen wenn der den nicht nimmt Odin ist in der Mitte Yes Na Odin kommt zu mir gell Ja Ich hau schon ab Bin mit dem Tower Der Odin will dich trotzdem angreifen Ja die Naja ist auch gelig Chill 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 ich komme auch gleich Okay Die wollen auf den Emi gehen vielleicht Nein Poseidon Ulti ist noch down Falls du auf den Ulti willst Ansonsten kann ich auf den Odin Ulti Ja alter der Odin ist voll im Ding What the fuck alter Hat der Kuli was hat mich so Digga sein Burg ist schon gestreckt Schöne Rang zu dir Nice Nice Janus holt die Digga Nein Ich habe zwei Autos nicht getroffen Oh scheiße Speed Digga speed Ich brauche Hilfe Bruder jetzt Poseidon Ulti bleibt ja wohl Ja Oha wie früh ulti ist der Ich brauche ihn für live Spiel Ich brauche ihn für live noch ein bisschen naja kommt wieder nach links zum pöbel wahrscheinlich nein die ist bei mir naja ist one shot Poseidon ulti probieren wir mal das neue item aus ja 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 okay oh nice Was macht der denn? Ich hab keine Ahnung, was der macht. Ich hab was für Help, du bist bei Daniel Speed. Ja, ist echt so. Die haben keine Minutes, die hab ich gerade geklärt. Vielleicht kriegen wir den Scheiß. Na also, das was der Kronos gemacht hat, war doch gut. Das waren gerade zwei Tower, Digga. Geht aber nicht rein, oder? Nee, nee. Ja, der ist tot. Ich sag ja, der Emi geht immer so krank rein. Nee, da wollen wir nicht rein. Oh, mitlein, mitlein, mitlein. Nice. Ah, fack ihm aber. Ja, den kriegt man nicht drauf, Scheiß drauf. Vor Seite Nulti. Ja. Mit Tower geht gleich runter. Ich geh auf den Pyro. Ja. Guck mal, jetzt ist da so ein gelber Fleck am Fountain. Am Fountain? Hä, what, wieso? Von diesem Pyro, das zeigt, wie lange das läuft. Ah, okay. Bloodfort wär eigentlich nicht schlecht. Der Typ braucht rechtes Worts, Digga. Kommt mir vor, als wären die ganze Zeit bei dem. Der pusht halt auch so hart. Ja. Ey, ich ulte auf irgendjemanden bei dir. Ich geh auf. Nein. Schade, okay. Nee. Fuck. Bin direkt ein Ulti. Uh, nice. Bin draußen. Äh. Ist alles gut. Jo. Digga, ich hab... 25 Prozent Kitschround, ich denke. Ich klipp die ganze Zeit. Ja. Jo. Nice. Fire Giant. Okay, er geht nicht auf die Linien jetzt. Ich bin zu low, ich muss zurück. W- My quadra rip. Näh, nicht mehr. wohl wenn alle jetzt kommen vielleicht ich habe 500 gold wieso was hatte oh mein gott er auf bank auf mit boots was ist mit dem und es ist ja wirklich behindert voll behindert digga es fällt ihm ein ja ich mache mal gold ok Juan, du hast Panik weggeblähtet nice ja der odin ist links schläufe brought forth 22 easy habe ich gleich jetzt wird sie ein bisschen erbehindert Ich bin ok Vora Seite kommt gleich mit ne Ulti Wird da nicht mehr kämpfen Ok diese Leute wollen unbedingt kämpfen Ah fucking Mauer Digger diese Leute Throne gerade hart Oh nice Ulti man Ohohoho Digga diese 3 ist schon voll nice jetzt gell Ich bin schnell Ah das wird Ich komm rein, ich komm rein, ich hol den. Okay, der ist eh tot. Ich komm rein, ich komm rein. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist gut. Ja. Sag der Digga, der ganze Arena spielt hier. Das ist schwer. So lange wir noch diesen harten Vorsprung haben, ist man auch hier voll objectiv. Ja. Ja. Das ist schwer. Geh auf Feuer, geh auf Feuer, geh auf Feuer. Ja, nur Odin ist da. Komm mir nicht raus. Lol. Ja, vor Seite Ulti. Jo. Komm rein, geh rein. Ähm, muss ich nicht da. Kuckuck, gerade Ulti. Ja. Ich brauche wirklich, ich habe einen 25 von wieder Ulti. Nein, ich brauche. Geben wir auf den Titanen oder was? Ja. Oh Gott, im Himmel war es gar krass. Ja, die können den Teilen für zu guten Metropokan, der hat alle 3 Sekunden seine 3. Ja, ich wollte den Eingang. Was ist das? Der Kronos soll mal seine Schnauze halten alter, der macht da selber nur geht's. Der Kronos ist so voll mit Scheiße, Digga, er denkt, ey ist das. Ja, sunk nochmal. Ja, zwei Phoenixe drauf, passt schon. Jetzt macht der Kronos wieder Solo-Aktion und stirbt wahrscheinlich. Will der den Titan Solo oder? Kannst du rechts bisschen pushen? Ja. Ich bin auf dem Weg. Das ist ja cool, dass ich kann den absolut nicht ausstehen, Digga, das ist ja so. Ja, Mann. Oh, das ist schon fast. Ah, nicht auf die Titan. Ja. 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 Ja, push einfach. Ja, wobei... Kann ich nicht. Ja, vielleicht kann man den helfen. Hm? Ich wollt rein. Okay. Der muss sterben. Nice, nice, nice. Nice. Ja, geh auf den Titan, Alter. Meine Fresse. Ja, dieser Kronos war wirklich auch Spacken. Ich hab meinen Arsch, als wären die Gegner so gut gewesen. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! 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 Fickt euch!